herzlich willkommen zu einem neuen video heute trade ich mit broker binary cent 60 sekunden mein start trade beträgt hier 200 euro ich gehe zwischen zwei und fünf mal mit dem gleichen betrag ein ich hoffe dass ich zu dieser zeit noch einen passenden trade finde euro australisch dollar sieht ganz gut aus hier gehe ich rein ich bin jetzt insgesamt vier mal mit dem gleichen betrag ein aktuell sind alle trades im gewinn sehr schön alle trades gewonnen wer sich für meine korona aktionen interessiert und meine strategie erlernen möchte kann noch bis 17 ersten den kurs sich sichern ich werde wahrscheinlich morgen noch mal ein video machen an silvester bis morgen dann bye bye